Musik Im malerischen Mittelrheintal unweit von Andernach liegt Schloss Burg Namedi. Seit über 100 Jahren im Besitz der Familie von Hohenzollern. Eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, die Mut und Engagement verlangt. Heute stemmen Heide von Hohenzollern und ihre Tochter Anna den Alltag am Schloss. Jüngster Nachwuchs ist Carlotta von Hohenzollern. Drei Prinzessinnen unter einem Dach. Wir begleiten sie einen Sommer lang. Frühjahr am Schloss. Zeit für den kulturellen Höhepunkt des Jahres. Die Andernacher Musiktage. Jede Menge Kunstsinnige strömen zu den Konzerten ins Haus. Darunter jede Menge Stammgäste. Das hochkarätige Angebot auf der Schlossbühne hat sich herumgesprochen. Beim Festival besonders kommen die Leute von überall her. Also Nordrhein-Westfalen bis runter Hessen. Das sind viele, die wir nicht kennen. Aber es ist natürlich auch eine ganze Menge, die ich kenne. Trotz des Andrangs, die Prinzessin nimmt sich Zeit. Ein kurzer Tratsch ist immer drin. Das Schloss als Ort der Begegnung. Dieses Motto lebt Heide von Hohenzollern seit 30 Jahren. Den Grundstein für die Musiktage hat ihr Ehemann Godehardt gelegt. Der Prinz ist 2001 gestorben und Heide hat lernen müssen, die Führung in die Hand zu nehmen. Sie müssen Menschen gern mögen. Weil die Nähe der Menschen, es ist immer so präsent. Jeder sucht die Nähe. Und das müssen sie aushalten können. Und dafür müssen sie Menschen einfach mögen. Und ich habe wirklich festgestellt, es ist aber bei mir auch gewachsen, durch dieses Haus, durch diese Arbeit, dass ich wirklich Menschen unglaublich interessant finde und einfach mag. Ich meine, ich habe mich so verändert durch Namedi. Das ist das Tolle. Mein liebes Publikum, herzlich willkommen. Es ist unglaublich, Sie kommen. Der Regen geht, die Sonne kommt. Vielen Dank. Einsatz für das Quartetto Casals. Und hinter den Kulissen der Part von Tochter Anna. Die 36-Jährige arbeitet lieber im Hintergrund. Im kulturellen Bereich ist meine Mutter wirklich noch die Einzige, die das macht. Es ist ihr Steckenpferd. Sie kennt sich da aus, auch mit den Künstlern. Und ich bin da ganz dankbar, dass sie das macht und würde das auch nicht von ihr verlangen, dass sie damit aufhört. Also, und es macht ihr auch Spaß. Mutter Heide ist die Frontfrau. Anna kümmert sich um Logistik und Catering. Heute mit einer Besonderheit am Schloss, eine Konditorei auf vier Rädern. Ja, super. Das sieht auch schöner aus, wenn man reinkommt. Die Tortenbäcker aus Andernach sollen die Pausen während der Konzerte versüßen. Für das Publikum müssen sich die Gastgeber immer wieder neue Ideen einfallen lassen. Besteck und so. Braucht ihr da was? Sie haben jetzt so einen Kappteller und eine Kappgabe. Ja, super. Ist okay? Ja, ja. Nee, nee. Neben der Organisation hat Anna seit zwei Jahren eine weitere Aufgabe, die ihren Alltag bestimmt. Sie ist Mama geworden. Ich habe Freundinnen, die schon vor mir Kinder hatten. Da habe ich natürlich schon mitbekommen, dass das schon eine Herausforderung ist, beides unter einen Hut zu bekommen, Arbeiten und Kind. Die sind teilweise aber angestellt, sprich die haben dann wirklich auch ein Elternjahr und ich habe hier eigentlich nach vier Wochen wieder angefangen. An den Musiktagen ist auch Ehemann Roman Goldschmidt an ihrer Seite. Er unterstützt seine Frau, arbeitet aber außerhalb des Schlosses. Der Trubel an den Wochenenden reicht ihm schon. Es ist wahnsinnig viel zu tun. Hier ist viel Verantwortung, auch auf den Schultern oder auch teils Sorgen. Und ob das jetzt finanzielle Art ist oder ob Veranstaltungen funktionieren im Alltäglichen, ob Gäste wiederkommen oder ob sie es schön fanden. Für meinen Mann war es am Anfang schwierig, weil man halt am Wochenende dann auch, wenn man Pech hat, hat man samstags eine Hochzeit und sonntags ein Konzert. Und dann ist einfach ab drei Uhr, sind die Künstler dann schon da und dann hat man natürlich auch nicht mehr seine Ruhe. Ein Leben in der Öffentlichkeit. Aufnahme, die gehört das zur Pflicht und zum Alltag. In diesem Jahr hat sich die Familie für die Musiktage außerdem noch etwas Besonderes ausgedacht. Eine Ausstellung für Family und Friends. Kunst gehört schon seit Jahrhunderten zum Familienleben der Hohenzollern. Mein Schwiegervater war Komponist, die Mutter war Pianistin, meine Schwiegermutter war Pianistin. Wir haben alle Musik gemacht und mein Mann hat halt Musik geliebt. Auch die junge Generation hat das Talent zur Kunst geerbt. Annas Steckenpferd ist die Fotografie. Ja, die Fotografie habe ich von meinem Vater auch. Der hat auch geliebt zu fotografieren, hat alles festgehalten. Und das hat dann sehr früh angefangen, dass ich meine erste klapprige Kamera hatte. Und das hat sich so durchgezogen. Fotos aus fernen Ländern und immer wieder das Meer. Für die Familie ein wichtiger Ort der Ruhe. Wir haben einen Ort in Holland. Das ist Heimat. Da fahren wir seit 25 Jahren, glaube ich, hin. Und man kommt an und es ist direkt Erholung. Und meinen Mann haben wir auch schon angesteckt. Meine kleine Tochter jetzt auch. Und ja, ein Jahr ohne ist kein richtiges Jahr. Auch auf dem Schloss beginnt langsam der Sommer und damit die Hochsaison mit über 170 Veranstaltungen. Ein besonders wichtiges Event hat seit 2014 sein Zuhause in Namedi. Ein Gala-Dinner für australische Kreuzfahrturlauber. Der Spiegelsaal wird dafür herausgeputzt. Für die Familie überlebenswichtig. Denn allein mit der Kultur lässt sich kaum Geld verdienen. Das ist schon unser Hauptkunde. Ist aber auch schön. Also ich glaube, es sind 40.000, 50.000 Australier sind jetzt hier schon durchgewandert. Teilweise schon zwei, dreimal gekommen. Das spricht, glaube ich, für uns. Für die Besucher aus Down Under bekommt der Saal ein vornehmes Abendambiente. Es werden knapp 200 Gäste erwartet. Für Arbeiten wie den Aufbau sind insgesamt 15 Mitarbeiter im Haus. Bei wichtigen Veranstaltungen legt Heide von Hohenzollern auch nochmal selbst Hand an. Wenn wir so einen großen Umbau hatten von Konzert auf diese Formation, da muss ich gucken. Das ist vielleicht meine Blödheit, aber ich möchte, dass die alle ganz akkurat in eine Richtung stehen. Der Prinzessin ist ein perfekter Auftritt wichtig. Der Kunde ist König. Für einen unvergesslichen Abend müssen die Decken akkurat sitzen und auch die Tischordnung ist exakt geregelt. Für diese Aufgabe kommen die sogenannten Eindeckdamen ins Haus. Es wird zwar nicht mit dem Maßband nachgemessen, wie bei der Königin von England, aber auch bei den Hohenzollern gibt es strenge Regeln. Es kommt auf die richtige Lage vom Besteck an. Das Menübesteck, das Fischbesteck. Ab Mai ist immer Fischbesteck. Und bis Mai kommt eine Suppe. Dann kommt nur ein Löffel hin. Dann der Brotteller links vom Serviettenrand mit dem Brotmesser. Das Wasserglas über dem Messer und schräg dazu das Weinglas. Ganze zwei Stunden dauert es, bis der Saal im vornehmen Glanz erstrahlt. Und jetzt wird es höchste Zeit für die nächste Mannschaft, das Catering-Team. Bis zu 60 Mitarbeiter beschäftigt das Haus für solche Abende. So, sind wir alle da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fehlt einer. Das stellen wir jetzt fest. Passt mal auf, aber jetzt folgendes. Wir haben für die, die jetzt die letzten Male nicht da waren, wir haben neue Handschuhe. Die sind in einer Kiste. Also damit ihr wisst, welche das sind, die haben so einen Knopf. Die anderen, es ist so, unsere Gläser werden nicht sauber, weil ihr immer dann von den Handschuhen auch welche rübernehmt. Das ist so ein Gemisch. Und ihr müsst bei den Gläsern einfach wirklich Acht geben. Ja, sonst werden meine Mädels wahnsinnig morgens. Aber jetzt war es also alles perfekt. Diese jungen Leute, die wir haben, das ist ja inzwischen so ein Crew von 60 jungen Menschen, die hier durchgehen. Ja, das ist für mich wirklich schon so, wie wenn ich eine riesen Familie hätte mit 60 Kindern, wäre furchtbar. Wahrscheinlich, wenn ich die ganze, also ich habe den guten Teil. Jeder, wirklich jeder Einzelne, der bei uns arbeitet, ist auf seine Weise wichtig fürs Team. Wir haben junge Leute, die einfach auch neue Ideen reinbringen. Wir haben aber auch Putzfrauen, die schon seit 20 Jahren oder noch länger da sind. Der Aperitif will angerichtet sein, bevor die Gäste kommen. Der Empfang dann diskret und ungestört. Also ohne unsere Kameras. Die Familie kümmert sich derweil um ganz andere Dinge. Neues Mobiliar fürs Schloss. Solche Entscheidungen treffen die Prinzessinnen mit ihren engsten Angestellten. Lass nochmal diesen Holztisch. Ja, matt. Erschwerte Bedingungen. Wir suchen jetzt auf die Schnelle noch einen Hochtisch für die Moderation. Jeder von uns hat ein Budget. Dieses Budget, das können wir eigenständig ohne die anderen verwalten. Dann passieren dann manchmal Dinge. Und größere Sachen machen wir zusammen. Also wenn ich den jetzt in Andernach gekriegt hätte, den Tisch, dann hätte ich ihn gekauft. Dann hätte ich die gar nicht gefragt. Die hätten eigentlich ein Fach gekauft. Da wir jetzt aber hier so eine Auswahl haben, dann entscheiden wir das natürlich gemeinsam. Monika Dressel ist die wichtigste Mitarbeiterin im Haus. Sie begleitet die Hohenzollern seit über 17 Jahren. Frau Dressel ist die gute Seele des Hauses. Aber sie ist auch einfach Familienmitglied. Also wir sind durch so viele Höhen und Tiefen schon zusammengegangen. Und das schweißt, glaube ich, auch sehr zusammen. Und sie hat eine sehr große Verbundenheit zu dem Haus und, glaube ich, auch zu uns. Also meine Geschäftsführerin, die Frau Dressel, das ist meine Freundin. Und ich würde sagen, auch für meine Tochter. Für meinen Sohn war sie sehr wichtig. Also die ist hier so im Mittelpunkt. Monika Dressel ist 2001 ans Schloss gekommen. Heute lenkt und leitet sie alle wichtigen Geschäfte im Haus. Ohne sie geht nichts. Manchmal kommen gerade diese Herren der Schöpfung und stellen mich dann vor und sagen, also das ist die rechte Hand der Prinzessin. Ich kann es einfach nicht mehr hören, weil rechte Hand würde man zu keinem Herrn sagen, der eine Abteilung oder eine Firma leitet. Ich führe jetzt schon die Geschäfte hier. Der Arbeitsplatz der Schlossmanagerin ist hoch oben im Haus. Das Turmzimmer ist die Schaltzentrale auf Namedi. Wir schieben hier einfach den Überblick. Wir haben alles im Blick von hier oben. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man weg von dem Geschehen ist. Schon früher war der Turm ein wichtiger Ort am Schloss. Denn hier war einst das Büro des Prinzen. Godehard von Hohenzollern. Sein künstlerischer Geist ist bis heute zu spüren. Also wir sind da schon in sehr große Fußstapfen getreten. Das hat alles eher aufgehängt und das lasse ich auch da. Also das gehört einfach zu diesem Raum. Monika Dressel ist erst nach dem Tod des Prinzen aufs Schloss gekommen. Sie versucht sein Erbe bis heute zu erhalten. Er ist schon sehr lebendig und einfach auch da. Es ist schön, es ist gut. Der hatte einen unglaublichen Humor. Er war sehr offen. Er war auch neugierig auf Menschen. Und dann diese Liebe zur Musik, wissen Sie. Und das war ihm wichtiger als Karriere machen. Und das fand ich so toll. Ja, er war halt ein Papa. Der sich jetzt aber auch nicht so wirklich in die Erziehung eingemischt hat. Der sehr in seine Musik vertieft war. Die Geschichte der Hohenzollern-Aufnahme, die ist erst gut 100 Jahre alt. Die Burg selbst hatte ihre Ursprünge im 14. Jahrhundert. Die Ritter Hausmann von Andernach gelten als Gründer der gotischen Wasserburg. 1896 übernahmen die Freiherren von Solemacher das Haus und ließen es im Stil des Historismus ausbauen. Durch ein weiteres Wohngeschoss und den Anbau von Seitenflügeln erhielt das Gebäude seinen typischen Grundriss. Ein langer Nord- und ein kurzer Südflügel. Die Wurzeln der Hohenzollern beginnen im 11. Jahrhundert, damals noch in einer Linie. Später spaltete sich das Fürstengeschlecht, als die Brüder Konrad und Friedrich getrennte Wege gingen. Es entstand der schwäbische und der preußische Zweig. Schloss Namedi gehört zum schwäbischen Teil und kam 1908 in den Besitz der Hohenzollern. Prinz Karl Anton von Hohenzollern fand in Namedi einen Ruhepol und Ausgleich zum Dienst am Kaiserlichen Hofe. Namedi sollte aber auch das Heimweh seiner Ehefrau stillen, Prinzessin Josefine von Belgien. Mit dem Einzug kam auch der imposante Spiegelsaal hinzu, den Josefine im Ersten Weltkrieg umfunktionieren ließ, als Lazarett für verwundete Soldaten. Nach dem Tod ihres Ehemannes ging sie ganz zurück in ihre Heimat und gründete dort ein Benediktinerkloster. Heide von Hohenzollern und ihre Familie kamen vor 31 Jahren an den Rhein. Namedi hatte eine Art Dornröschenschlaf hinter sich und musste erst wieder wachgeküsst werden. Es ist einfach dieses uralte Gemäuer. Es war halt kaputt. Das war in einem Zustand, dass einem, also der Spiegelsaal besonders, das sah einfach grauenhaft aus. Da kamen Bäume, sind durchgewachsen. Dieser Saal, dieser Traumsaal war so zugemüllt. Einmal von Flüchtlingen, kann man ja verstehen, und dann von Leuten, die etwas abgestellt haben für eine Woche. Und das war dann nach 50 Jahren auch noch da. Doch nach wenigen Wochen im Schloss war der Plan schnell gefasst. Namedi sollte wieder auferstehen. Durch den unermüdlichen Einsatz der Familie und mit Unterstützung des Landes entwickelte sich das Haus zu einer der gefragtesten Kulturstätten in Rheinland-Pfalz. Für ihre Mühen erhielt Heide von Hohenzollern 2017 den Landesverdienstorten. Als Kind habe ich das ja gar nicht so mitbekommen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Im Nachgang habe ich einfach gesehen, was meine Mutter und auch mein Vater aus diesem Haus einfach gemacht hat. Weil es war vorher einfach eine Bruchbude. Ja, aber hast du es als Bruchbude empfunden? Als Kind? Ich fand es toll, es war ein Abenteuer hier aufzuwachsen, weil es halt auch eine Bruchbude war. Also es wurde nicht irgendwie gesagt, du musst da aufpassen oder da. Es ist ja wirklich im Laufe meines Erwachsenen, oder nicht Erwachsenen, aber Großwerdens, ist es auch ja immer schöner geworden. Zu Beginn war der Veranstaltungskalender der Hohenzollern auch nicht ganz so voll wie heute. Unter der Woche war das Haus wirklich leer und privat. Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Also wenn wir einen richtig guten Lauf haben, haben wir gerne auch mal sieben Tage die Woche etwas. Also das war jetzt letzte Woche, hatten wir wirklich sieben Tage hintereinander irgendeine Veranstaltung. Auch diese Woche steht im Schloss ein großes Event an. Zum Handelssymposium werden 150 Besucher erwartet. Das Programm, ziemlich ausgefallen. 50 junge Modestudenten aus Trier dürfen ihre neuesten Kreationen präsentieren. Der Besuch auf Namedi ist eine angenehme Abwechslung vom Uni-Alltag. Auch für Modeprofessor Dirk Wolfes. Früher wurde ja Mode an den Schlössern gemacht. Denken Sie an Versailles, an die großen Feste im Balsaal. Da ist die Mode entstanden. Und von daher ist es für uns was ganz Besonderes, heute hier in der Burg zeigen zu dürfen. Das ist sozusagen die Wiege der Mode. Die Wiege der Mode wird jetzt erstmal von vollbepackten Studenten bevölkert. Der historische Rittersaal erwacht zu neuem Leben. Für die Hausmanagerin bedeutet das vor allem Stress. Wir haben jetzt natürlich schon wieder Diskussionen wegen der Kleiderstände. Wir müssen jetzt einfach schauen. Das sind dann immer so die Reibungspunkte, die ich dann im Haus habe. Aber so eine Crew ist immer was anderes, als wenn nur Gäste kommen. Also die Teilnehmer, die Mitwirkenden, ist immer ein anderer Schnack, weil auch die nervös sind. Und wir müssen halt immer schauen, dass wir unser Haus pflegen. Dass es einfach, dass Rücksicht genommen wird. Aber ich glaube, wir morden das hier ganz gut ein. Die Modenschau ist für die jungen Designer eine echte Chance. So mancher hat nach einem Event schon etwas verkaufen können. Obwohl das Modemachen heute immer schwieriger wird. Die Modedesigner heute, vor allem unsere Studierenden, müssen heute sehr viel mehr unterschiedliche Ebenen in dem Kleidungsstück denken. Wir haben früher deutlich weniger in der Breite und in der Tiefe gedacht. Wir haben mehr an Formen, an Verarbeitungen gedacht. Heute ist es immer auch eine Frage des Konzeptes, der Präsentation. Aber natürlich auch, wie ist etwas zum Beispiel kameratauglich? Denken Sie an Instagram, denken Sie an Facebook. Damit hat sich der Blick auf Kleidung extrem verändert, weil wir heute Kleidung auch immer medial darstellen müssen. Auffallend, dem Mode-Nachwuchs mangelt es an Männern. Gerade mal drei Studenten sind den Namen, die mit dabei. Wenn man sich die Studiengänge auch, das ist tatsächlich in ganz Deutschland so anschaut, dann sieht man eine abnehmende Tendenz tatsächlich, dass immer weniger Männer das auch studieren. Deutschland braucht ein neues Lagerfeld. Für eine Karriere à la Lagerfeld müssen die Modemacher von morgen noch etwas üben. Und zwar genau jetzt. Die Generalprobe soll starten. Seien Sie zuversichtlich, seien Sie freudig. Das ist ein toller Event, eine tolle Möglichkeit, eine großartige Chance für Sie, für uns alle. Und haben Sie Spaß an dem, was Sie tun. Wenn das so einfach wäre, die Nervosität steigt. Und beim Testlauf gibt es auch schon erste Zuschauer. Auch Heide von Hohenzollern und ihre Geschäftsführerin sind neugierig auf die jungen Gäste. So was ist nicht alltäglich auf dem Schloss. Ja, ich habe gar nichts erwartet. Ich finde es fantastisch. Ich habe gar nichts erwartet. Ja, dass ich zu wenig gehört habe. Ich finde es unglaublich und besonders finde ich toll, dass diese jungen Leute so was zu machen. Ist doch Wahnsinn. Irre. Wir haben schon eine unglaublich freundschaftliche Beziehung, wenn wir unterwegs sind. Wir sind eigentlich, wir sagen immer, wir sind Schwestern. Das, was sie denkt, sage ich, oder was ich denke, sagt sie. Das ist schon, das muss man schon finden. Ich glaube, der Herrgott hat uns da einfach schon dann irgendwann zusammengeführt, muss ich sagen. Der Probelauf hat geklappt und jetzt wird es langsam ernst. Die Gäste aus Politik und Wirtschaft kommen und freuen sich auf die Abendunterhaltung im prunkvollen Ambiente. Und dann wird es langsam ernst. Ich tanze am besten, schaut mich an, ich bin schön. Eine weitere Veranstaltung ist geschafft. Insgesamt laufen gut 20.000 Personen pro Jahr durch Namedi. Das macht sich auch in der Substanz der Burg bemerkbar. Nach 600 Jahren gibt es so manche Reparaturen zu stemmen, zum Beispiel das Dach. Das ist natürlich ein großes Haus und das Problem ist, dass man hier wenig selber machen kann. Einfach durch die Höhe, zum Beispiel an den Dächern. Und man braucht immer Gerüste. Gerüste sind besonders aufwendig. Und man muss natürlich sehen, wir haben Veranstaltungen und da kann man nicht bei allen Veranstaltungen Gerüste stehen lassen. Die historischen Schieferziegel müssen dringend erneuert werden. Kostenpunkt 800.000 Euro. Die Vorarbeit ist schon schwierig. Alles wird man nicht aufnehmen können, weil das sieht man dann erst, wenn das Dach geöffnet ist. Also da ist schon auch einkalkuliert irgendwelche Dinge, die passieren können. Und dann stellt man die Anträge und dann wartet man und dann darf man natürlich niemanden, bei dem sie die Anträge stellen, auf die Nerven gehen. Dass der sagt, nee, also wenn ich den Namen höre, da ist schon gar nichts. Also man muss immer so mit angehaltener Ungeduld bitten. Das Bitten um fremde Hilfe musste die Prinzessin erst lernen. Am Anfang, also vor 30 Jahren, da habe ich gedacht, das ist so abartig, wieso sollen denn die Leute für mein privates Haus zahlen? Ein Steuergelder, also jeder zahlt dann dafür. Da muss man sich dran gewöhnen. Heute sage ich, gut, es ist ein Kulturgut. Ich sehe das auch mehr als gut dieser Region. Wir sind ja erst 100 Jahre da und wir versuchen das zu erhalten. Ich meine 600 Jahre, das ist ja ein stolzes Alter, nicht? Zum Haus gehört auch der 20 Hektar große Park. Die Anlage ist rund ums Jahr für die Allgemeinheit geöffnet. Das bedeutet Pflege und Liebe zum Detail. Eine Heidenarbeit für Gärtnerin Uli Fofana und ihr Team. Also man muss schon zweimal in der Woche einen Acht-Stunden-Tag mit drei Personen einrechnen, damit der Park und die Anlage so aussieht, wie sie jetzt so ist. Die Gärtnerin legt großen Wert auf natürliche Pflege. In ihrem Reich ist alles Bio. Park und Garten erwachen zu neuem Leben. Seit sieben Jahren kümmert sich Uli Fofana um die Schlossgärten fast liebevoll. Diese eine Strauchrose, die sie vom Roman geschenkt bekommen haben, die ist ja so üppig gekommen jetzt, hier vorne, die Weißblühende. Die hat vorher in dem Beet da vorne gestanden, können Sie sich erinnern? Die haben sie vom Roman geschenkt bekommen. Und die ist jetzt so üppig gewachsen, hier die hier. Ich unterstütze sie einfach mit einem Holzrahmen. Ich würde das gar nicht mehr mit Metall machen, sondern ich würde einen Holzrahmen bauen. Und der bleibt dann auch im Winter stehen, den bauen wir gar nicht mehr ab. Und dann wird die Rose das immer wieder zuwachsen. Der Erhalt des Parks kostet die Familie nochmal 40.000 Euro pro Jahr. Es ist ein totaler Luxus, den wir betreiben. Ich verdiene mit dem Haus. Das Haus hat Priorität. Und irgendwann stand sie vor mir und sagte, zu meiner Information wollte sie mir sagen, dass der Park genauso wichtig wäre, das Haus, weil die Leute würden auch in den Park gehen. Und dann hätte der Park genauso viel Recht wie das Haus. Und ja, ich meine, sie hatten natürlich eigentlich Recht, ist richtig. Nur man muss es halt trotzdem finanzieren. Im hinteren Teil des Parks, das Familiengrab der Hohenzollern. Eine Sondergenehmigung erlaubt den ungewöhnlichen Standort. Den Prinzessinnen bedeutet die Grabstelle viel. Die Liebsten sind hier ganz nah. Mein Mann und ich haben dieses Grab, das war früher, war das total mit Büschen verwildert. Und dann haben wir plötzlich das Grab gefunden. Und dann hat seine Mutter gesagt, ja, das ist doch deine Schwester, aber die ist gestorben, geboren und gestorben. Und davon hat niemand mehr gesprochen. Und dann haben wir das Grab gefunden. Und diese kleine Schwester hat ihm dann geholfen, dass er da hin konnte. Weil das dann schon das erste Grab war. Weil wir können jetzt keinen Friedhof da anlegen. Aber es ist ein wunderschöner Platz. Manchmal mache ich bei einem Konzert die Fenster auf, dann denke ich, mein Mann hört die Musik. Neben Ehemann Godehardt ist hier auch das Grab des Sohnes, Carlos von Hohenzollern, Annas älterer Bruder. Der junge Prinz war in den letzten Jahren seines Lebens in Schwierigkeiten geraten. 2014 eine Verurteilung zu vier Jahren Haft wegen Betruges. 2018 hat er sich das Leben genommen. Mit nur 39 Jahren. Genauso wie mein Vater fehlt, fehlt er. Nur, dass es halt da einfach nochmal ein anderer Schritt war, weil er einfach beschlossen hat, nicht mehr bei uns zu sein. Mein Bruder kam in einen Raum und... Ja, er hat die Menschen gefangen. Da habe ich mich auch immer hinter ihm so ein bisschen versteckt. Er gab jedem das Gefühl, er ist etwas Besonderes. Und ich glaube, das schaffen nicht viele Leute. Er war ein unglaublich freundlicher Mensch, sehr aufgeschlossen, warmherzig, sehr kreativ. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, alle Menschen, auch seine besten Freunde, kamen nicht ganz an ihn ran. Er hat da so eine Wand gehabt. Aber nein, ich akzeptiere alles, den Weg, den er gegangen ist. Das Leben ist ruhiger geworden, manchmal ein bisschen langweiliger. Also der Familienkreis ist natürlich jetzt noch enger geworden. Das hat uns auch nochmal enger zusammengeschweißt, weil das einfach verarbeitet werden musste und der laufende Betrieb ja auch weiterging. Das heißt, wir mussten schauen, wie wir damit umgehen, jeder für sich. Für die Familie kam der Schicksalsschlag völlig überraschend. Eine Lücke, die bis heute schmerzt und den Hohenzollern Kraft und neuen Mut abverlangt. Heide und Anna schätzen die gemeinsamen Momente heute umso mehr. Vor allem die Zeit mit der kleinen Carlotta. Wenn so ein kleiner Wurm auf einmal auf der Welt ist, dass man einfach so denkt, dem darf nichts passieren. Es wächst natürlich. Also ich muss sagen, jetzt habe ich noch mehr Angst, dass irgendwas passiert und sie nicht mehr da ist als am Anfang. Aber ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Sie ist aber einfach auch zu einem Zeitpunkt gekommen, da war sie sehr wichtig. Also unabhängig davon, dass ein Kind immer wichtig ist. Gemeinsame Zeit ist kostbar. Denn im Trubel des Alltags ist die Familie Aufnahme die nur selten für sich allein. Und die Sonne. Richtig privat haben wir es eigentlich nur oben. Und da auch nur die Hälfte vom zweiten Stock. Die andere Hälfte sind ja die Gästezimmer. Die Carlotta kennt es ja nicht anders. Also es waren von Anfang an, waren hier viele Leute um sie rum. Ich sage auch mal ganz ehrlich, manchmal, wenn am Wochenende, wie wenn wir so einen Tag plötzlich frei haben, aus irgendeinem Grund. Und dann sagen wir, oh wie toll, jetzt sitzen wir im Garten oder wir machen das und jenes. Und dann plötzlich stehen zwei Leute am Tor und sagen, ach wir sind gerade hier aus Berlin und wir suchen nach einem Hochzeitsplatz. Und verstehen Sie dann, dann ist es einfach so, dass Sie alles runterschlucken und sagen, kommen Sie. Also das hat ja auch was mit Existenz zu tun. Der Erhalt des Hauses geht im Zweifelsfall vor. Die Familie muss lernen, sich ihre Freiräume zu schaffen. Einer der wenigen privaten Plätze ist der Garten im vorderen Teil des Schlosses, Annas Lieblingsplatz auf Namedi. Also das ist wirklich hier unser privater Bereich, wo die Hunde während Veranstaltungen auch sind, damit die einfach toben können und wo wir uns einfach auch zurückziehen können, wenn wir jetzt keinen Dienst haben. Hier kann die junge Prinzessin Pläne schmieden, auch für ihre Zukunft als Schlossherrin. Also ich sag mal, man hat hier immer Träume. Das ist, glaube ich, das Gute in dem Haus. Also selbst wenn wir mit allem im Haus selber fertig wären, kämen die nächsten Sachen, zum Beispiel da die Scheune. Die ist momentan verpachtet. Die würden wir gern irgendwann mal zurücknehmen. Dann hätte man da vielleicht noch einen Ort, wo man auch Veranstaltungen machen kann oder Theaterstücke. Also es war mal die Idee, dass man hier, hier war auch noch eine Scheune, die ist leider abgebrannt, ob man die wieder aufbaut für Gästezimmer. In der Vorburg ist ein Bereich, der noch nicht renoviert ist, wo man auch Gästezimmer einrichten könnte. Also man hat immer Ideen für dieses Haus. Und wenn man das alles fertig hat, dann hat man sicherlich neue Ideen oder irgendwas muss wieder renoviert werden. Ideen sind vorhanden. Doch alles anders machen will die junge Prinzessin vorerst nicht. Denn noch läuft der Betrieb gut und noch hat ihre Mutter das Zepter in der Hand. Ich trete da wirklich in sehr große Fußstapfen, weil meine Mutter ja einfach dieses ganze Haus aufgebaut hat. Ich denke, ich wachse da langsam rein. Man muss aber auch sagen, dass meine Mutter nach dem Tod von meinem Vater auch reingewachsen ist, weil sie vorher auch eher zurückhaltend war und dann von einem Tag auf den anderen musste sie nach vorne. Und ich denke, so wird es bei mir auch irgendwann sein. Ich habe natürlich sehr viel einfacher gehabt, als meine Tochter es heute hat. Wir haben hier angefangen in einem Platz, wo man überhaupt keine Idee hatte, wo das hingeht. Und haben einfach gemacht, was wir gerne mochten. Es hat niemand hinter uns gestanden. Es war keine Messlatte. Heute ist der Name, Name die, ein sehr bekannter Name und steht für eine ziemlich hohe Qualität. Und es darf ja nicht gleich bleiben, es muss ja immer besser werden in irgendeiner Richtung. Also das ist schon wesentlich schwerer. Vor allem die wirtschaftliche Zukunft wird für die nächsten Generationen nicht einfacher werden. Sorge macht mir, das hört sich komisch an, aber wirklich das Wetter, weil unsere Schifffahrtsgäste dann wohlmöglich nicht kommen. Weil die Schifffahrt dann irgendwann eingestellt wird. Und das ist ja schon ein sehr großer Kunde von uns. Das ist Positives, Hochzeiten werden immer gefeiert. Und das Schloss ist immer noch eine schöne Hochzeitslocation. Ja, man muss halt immer neue Wege finden, wenn sich Türen schließen. Leben auf Name, die Wohnort, Arbeitsplatz, Begegnungsstätte. Das gilt auch für Annas Freundinnen. Alle paar Wochen schaffen es ihre Mädels auf Schloss. Ihre besten Freundinnen sind heute in ganz Deutschland verstreut. Auf Name, die treffen sie sich alle gerne wieder. Ein eingeschworenes Team, auf das sich Anna seit Jahren verlassen kann. Ohne die, also die waren schon beim Tod von meinem Vater für mich da. Auch jetzt letztes Jahr hätte ich, glaube ich, ohne die nicht geschafft. Egal, wie man gerade drauf war, sie waren einfach für einen da. An diesem Wochenende steht die Hochzeit eines gemeinsamen Freundes an. Da gibt es jede Menge zu planen und zu erzählen. Hast du eine Karte noch gehabt? Ich hatte noch eine zu Hause, die ist auch ganz süß. Weil die Silvia wollte auch mitmachen. Ah ja, sehr gut. Die Katrin hatte ich noch gefragt. Wie, du steckst da einfach hinten, ich habe es nicht gehabt. Das ist wie so ein Bilderrahmen. Okay. Und da ist vorne so ein alter VW-Bus drauf, sieht eigentlich ganz süß aus. Und dann kannst du das aufmachen oder halt oben ist so ein Schlitz wie so eine Spardose. Kannst dann aber auch noch die Karte hinten reinpacken und alles. Ja, das ist schön. Das sieht halt süß aus, zu überreichen. Ist das die Kalotta? Das ist die Kalotta. Die Kalotta ist auch da. Die testet ihre Stimme aus. Ja. Treue und Loyalität sind für die Freundinnen wichtiger denn je. Die jungen Frauen kennen sich schon seit der Schule. Also meine erste Erinnerung an die Anna ist, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin in die fünfte Klasse, hat meine Oma gesagt, dann wird in deinem Jahrgang, in deiner Klasse eine echte Prinzessin sein. Und ich hatte im Kopf natürlich so mit, wie alt ist man da, zehn, im Kopf so, wow, die sieht bestimmt total toll aus, wie man sich so eine Prinzessin vorstellt. Und kommt immer mit Traune. Und so war es auch. Nur nicht mit so einem pompösen Kleid. Also Anna und ich, da war es eigentlich so, dass wir uns das erste Mal bei einer Nikolausfeier gesehen haben, bei meinen Eltern. Und zwar, als sie mit ihrer Familie aus München kamen und unsere Familien so ein bisschen verbunden sind, eigentlich schon länger, meine Großeltern und ihre Großeltern waren irgendwie schon befreundet. Und ja, genau. Und dann war das wie so ein, ich sag mal, erster Anlaufpunkt, oder? Als sie aus München kamen. Ja. Und genau, dann haben wir uns da kennengelernt. Da war die Anna dann fünf, da hab ich eben nochmal nachgefragt und ich dann sechs. Also, es ist schon über 30 Jahre her, kann man sagen. Nicht anders. Ich glaube, unsere Eltern kannten uns, kannten sich alle schon, aber nee, ich hab Anna erst Theater, genau, Theater in der Vorburg, hier, so richtig kennengelernt. Ähm, genau, da, äh, mit zehn, elf? Ich bin gerade überlegen, ich glaube auch zehn, elf, ne, da haben wir Theater gespielt hier. Das war immer sehr, sehr schön und da haben wir uns kennengelernt, genau, zehn, elf, ja, stimmt. Wie wichtig echte Freunde sind, hat Anna gelernt. Denn der prominente Name steht oft auch im Weg. Also hier in der Grundschule war es eigentlich in Ordnung. Wir waren auch eine ganz kleine Klasse. Später im Gymnasium war es schon schwierig, weil die Leute einfach Vorurteile wegen dem Namen hatten. Dann war ich jetzt nicht, äh, die Person, die immer auf die Leute auch direkt zugegangen bin, war sehr schüchtern. Ähm, das wurde natürlich dann direkt als arrogant, äh, verkauft. Und, ähm, ja, das war schwierig. Deswegen habe ich mich auch ehrlich gesagt, wenn jemand jetzt nicht wusste, wie ich heiße, habe ich mich einfach als Anna vorgestellt. Auch heute ist es so, wenn sie irgendwo hinkommen, alles ist so, und sie sagt nicht den Namen. Also die Leute kennen sie nicht. Und es ist alles lustig und nett und natürlich. Und dann plötzlich kommt Prinzessin Hohenzollern und dann, boah, verändert sich sofort alles. Die Erwartungshaltung ist da. Oder man denkt, ähm, die, ja, es ist immer diese Märchengeschichte noch da drin, ne? Besonders, weil die Menschen ja auch keine Märchen richtig lesen. Also die Prinzessinnen hatten sie nie so gut in den Märchen. Die besten Freundinnen kennen Annas Alltag und die Mühen, die das Leben in einem Adelshaus mit sich bringt. Sowas darf man eigentlich nicht aus der Familie geben. Und das lohnt sich dafür, echt zu kämpfen und auch hart zu kämpfen. Und das könnt ihr auf jeden Fall beide. Deine Mama und du sind die hartesten Kämpfer, die ich kenne. Also da geht es immer nur Ärmel hoch und wir machen und tun. Und es würde heute nie im Leben so aussehen. Mit Annas Alltag tauschen, das möchten sie nicht. Mir wäre das manchmal wahrscheinlich zu viel. Obwohl man ja auch Tage hat, gerade dann in den Wintermonaten oder so, wo das jetzt gar nicht so jeden Tag der Fall ist, dass hier jemand ist. Aber trotzdem ist es ja oft so, man macht sich in der Küche dann vielleicht einen Kaffee morgens und dann ist schon der erste schon wieder da. Also ich bin, glaube ich, auch eher bei Nina. Also ich bin auch froh, dass ich es jetzt nicht machen muss. Oder dass man, wenn man mich googelt, jetzt nicht direkt irgendwie meinen Namen findet und Bilder sieht. Ein Stück Privatleben, ein ganz normales Leben. Das wünschen sich die Prinzessinnen, soweit es das Schloss mit all seinen Aufgaben zulässt. Die Zukunftaufnahme, die verbinden die Generationen mit ganz unterschiedlichen Wünschen. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute, die hier drin sind, glücklich sind. Und das kann man, man kann hier keine Zukunft voraussagen. Das kann man so oder so nicht. Und das kann man mit so einer alten Dame so oder so nicht. Was ich mir wünsche ist einfach, und das schaffen die Nachfolger mit Sicherheit, dass wir diese positive Atmosphäre im Haus einfach beibehalten. Dieses familiäre, alle Mitarbeiter, die hier arbeiten, die gehören einfach dazu und man sorgt sich. Ich wünsche mir einfach nur, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, dass man einfach in Ruhe nach vorne schauen kann. Sicherheit. 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 Das wünsche ich mir einfach, weil dafür arbeiten wir zu hart. Aber wirklich alle miteinander. Die Familie von Hohenzollern auf Schloss Namedi. Drei Generationen, viele Wünsche. Die Zukunft wollen sie gemeinsam meistern. Mit Engagement, Vertrauen und großem Mut für das, was noch kommen wird. Vielen Dank.